Dann bleibt uns immer noch in dieser Weg... Nein! Verdammt! Naja, wir haben ja unser Jetpack. Okay, merke, nicht stehen bleiben, sondern einfach über... Wow, fuck, fuck, lass mich hier weg! Oh, kacke! Naxx, die zweite hat mich voll erwischt, glaube ich. Wo kam die denn jetzt auch wieder her? Äh, da ist nichts. Oh, komm, 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 komm! Oh, so much! Ah, das ist die Position, aber die brauchen wir, glaube ich, doch brauchen wir. So, nicht stehen bleiben, die stehen bleiben, nicht stehen bleiben. Oh, wow, 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 wow höre nur wie er schaden macht also schaden kommt da oben vielleicht da oben ja okay gibt es hier oben keine energie shotgun munition da drüben ist wie strong ich brauche dringend wieder verarztung ich weiß gar nicht wie ich das schaffe so viel energie zu verlieren wie wär's denn mit speichern und da liegt eine leiche das heißt wir sind wieder was so ja genau hier sind wir vorhin in den lüftungsschlag geklettert das heißt die munition kann ich mitnehmen hier war auch keine verarztung das heißt wir können jetzt rüber auf die andere seite und mit der gelben zugangskarte ja uns zugang verschaffen zu wer weiß wohin richtig oder ja ja doch ja genau darüber hier hoch da rein hier werden auch nicht irgendwie lang gekommen oder von hier sind willkommen ja ach so hier ist die gelbe moment nicht von hier sind wir gekommen ich bin gerade verwehrt ich muss noch mal gucken ja genau von hier sind wir gekommen hier sind wir gestartet so und da brauchen wir die gelbe zugangskarte okay so öffne dich alles ruhig was von wegen ich brauchte das oh kaputt pippenbombs gucken wir hier nochmal äh ich würde sagen die erwarten uns wenn wir gleich mit dem gefährd hier fahren einer davon ist tot komischerweise warum auch immer naja gut anderes gibt es hier nicht mehr zu sehen dann rufen wir mal das komische fahrstuhl gefährt okay drin ist schon mal keiner aber vermutlich erwarten sie uns alle hier drüben oh ja ich höre sie schon ja da stehen sie ja keine ahnung warum der eine hier schon tot ist man weiß es nicht vielleicht haben sie sich schon gegenseitig getötet wer weiß wer weiß wer weiß so hier sonst nichts da ist noch was der bis dahinter munition a und rüstung dann sprechern wir doch noch mal hier ist es wieder extremst dunkel eine drohne kann ich die drohne kann ich die drohne ich habe schon wieder so viel energie fahren und ich weiß schon wieder nicht wieso nur von dem einen typen hier gerade ähm pass auf jengern jengern munitions wieder voll nehmen wir doch die so das war einer das waren zwei das paketen da ist eine tür und da ist eine tür und hier ist irgendwas versteckt ist nur munition einschalter das ist eine luftschleuse oder so man weiß es nicht der mond komm schon kaputt hä das hat doch gerade geklärt aber das teil ist immer noch heil naja hier irgendwelche anzeigen mit irgendeiner fahrung keine ahnung gucken wir nochmal kennen wir schon kennen wir schon kennen wir schon ja kennen wir alles hm ja dann erstmal hier wow 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 kleine vorratskramen was raketen kann ich auch nicht oh shit ich muss auch mal raketen benutzen äh ja kleine vorratskramen mit raumanzügen kann ich die irgendwie benutzen nö denn ich vermute mal das hier ist ja eine luftschleuse also müssen wir jetzt wohl raus aber nö raumanzug benutzen nö raumanzug benutzen keine ahnung ist nicht. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht, weil ich irgendwas nicht beachtet habe. Äh, sind wir jetzt... Hahaha. Hahaha. Scheiße. Wie soll ich denn das jetzt bitte machen? Ah, macht wieder zu. Scheiße. Zu. Müsste ich erwischt, die glaube ich gar nicht. Aua. Doch, das war auf jeden Fall ein Treffer. Ah, Tür zu. Fuck. Okay, glaube ich muss da raus. Wenn ich hier drin stehen werde, das bringt nichts. So, da war jemand. Schießt hier sonst noch jemand auf mich? Ich glaube, da hat es mich ein bisschen zerfetzt, wenn ich das richtig gesehen habe. Düh, düh, düh. Na gut, ich habe ja zum Glück hier vorne gespeichert. Na gut, da hinten weiß ich jetzt ja schon, da ist einer. Treffe ich nicht von mir aus überhaupt? Oh, Tatsache. Äh, gib mir mal Pistole, Pistole, Pistole. Da, da. Stirb. Aha. Okay, nochmal speichern. Professional Aiming Skills. Wo kam jetzt die ganzen Drohungen? Wie begegne ich denen denn jetzt am besten? Vielleicht so? Aua. Shit, wo kann die jetzt her? Ich habe keine Ahnung. Oh, komm, komm, komm. Okay, das klappt doch ganz gut. Wow, die hält aber ganz schön los aus. Uah, zwei Pipe Bombs braucht es mindestens dafür, wenn ich das richtig sehe. Komm schon, stirbt. Sterbt, stirbt, Alter. Ich sollte mal Deutsch lernen. Okay, irgendwie habe ich das Gefühl, das bringt mir... Ja, geh weg. Hilfe. Das bringt nichts. So, das war eine, das war zwei, das waren drei, das waren vier. Das waren fünf. Der Restator, Munition, Munition, Verarztung. Ich frage mich gerade, sind wir jetzt hier unter freiem Himmel? Weil irgendwie wäre das unlogisch, weil wir müssen... Wow. Dann eigentlich sterben. Ach, da hinten ist hier dieser Big Boss, dessen Name ich immer wieder... vergesse. Da oben ist doch irgendwas. Aha, nee. Moment, von hier kommen wir. Schalter. Achso, wir haben die Tür wieder zu. Hm. Komm ich hier hoch? Nee, komm ich nicht. Riss... Nee, achso. Ich dachte, wir sollen Risse in der Wand. Aber wir sind hier oben. Ja, hier ist der Big Boss. Aua. Scheiße. Moment, wenn der mir Schaden machen kann, kann ich ihm dann vielleicht auch Schaden machen? Nein, scheinbar nicht. Hm, ja gut. Keine Ahnung, was wir mit dem anstellen. Ich würde sagen, wir gehen erst mal hier weiter. Oh, niemand im Fahrstuhl. Das ist überraschend. Scheinlich. Achso, der hat nur eine Öffnung. Das ist natürlich gut. Night Vision, Night Vision können wir nicht mitnehmen. Night Vision würde ich vielleicht nochmal benutzen. Das wird mich auf. Okay, das hätte jetzt ziemlich Energie gekostet. Oh, shit. Hier, Energie? Habe ich noch Verarztung? Nein, nein. Scheiße. Oh ja, das wird mich auch anpissen. Na gut, ach scheiße. Ich hätte ja speichern sollen. Naja. Komm, Drohnen, Drohnen. die da oben machen mir ein bisschen Angst weil ich die nicht im Auge behalten kann komm hier so eine zwei drei vier fünf aua sechs sieben acht und speichern so, den ganzen Kram nochmal wieder einsammeln oh, kann ich gar nicht war das devastate? ne, das waren normale Raketen so, nochmal speichern und dann eben vorbereiten so, Chang'an gut, diesmal wissen wir ja was uns erwartet ich sehe dich in hell ich sehe dich in hell ja, das war der ja, das war der war da nicht eben noch ein zweiter äh, ich brauche mal irgendeine Waffe hier Shrinker achso, Lightvision kann wieder aus ein Schalter oh 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 devastator was ist denn das hier? ach, da ist ein Loch in der Mitte äh, ist das hier ein Fenster oder ein Monitor? keine Ahnung ja, kennen wir schon kennen wir kennen wir kennen wir kennen wir kennen wir alles hm, da spreche ich euch nochmal scheinbar müssen wir ja hier runter au äh ich höre Drohnen okay, achso, jetzt waren wir da oben drin uah fuck uah hoho ups okay ja, aber kommen wir jetzt hier rein äh, ich glaube wir kommen da jetzt rein ähm was mach ich denn da am besten mal oder ne, lassen wir noch das uah am Arsch Kraftfeld gut gut